Nicht auf deine eigenen, auf die unteren. Aber wenn du den Muff mit den eigenen zusammenbringst, dann kommst du nächstes Jahr wieder. Die Pötzschner Höllenteufel aus Kapfenberg. Ladies and Gentlemen, coming all the way. Von Kapfenberg. Die Pötzschner Höllenteufel. Die haben eine Praktikantin mit. Sie hat gefragt, ob sie auch mal dabei sein dürfen. Aber sie will sich nicht vergleichen. Sie hat einen schönen Rucksack und eine Klasse Jagd, als wo es reicht ist. Sie hat gesagt, ja. Die Pötzschner Höllenteufel, meine Damen und Herren, haben wir keine Informationen gegeben. Deswegen kann ich da leider nicht so viel zu. Aber, meine Damen und Herren, wir haben ein absolutes No-Go, normalerweise hier sehr in schwarz-weiß gehalten, unsere Enkel aufdrücken.